Die großen Bahnen kommen diesmal aus Nördlingen vom Bayerischen Eisenbahnmuseum BEM. Der Lokzug nach Göppingen kommt in Goldshöfe fast zum Stehen. Musik Fast 1500 Tonnen hängen am Haken von E94192, die sich beim Anfahren müht. Nicht helfen kann 103136. Sie hat keine Fristen mehr. Nicht weniger als sechs Dampflokomotiven sind im Zug. Natürlich stehen sie unter Dampf. Am Schluss laufen der BEM Schienenbus, eine V60 und eine V100. Ziel ist der Bahnhof Göppingen, wo es an drei Tagen jede Menge Dampf, Diesel und Elektrotraktion gibt. Einfahrt hat 751118 der Ulmer Eisenbahnfreunde. Die achten Märklin-Tage sind wohl eher eine Leistungsschau des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Denn fast alle betriebsfähigen Fahrzeuge des BEM sind nach Göppingen gerollt. Auch die bayerische S36. Seit letztem Jahr wieder in Betrieb ist 442546. Auch die Öl-50er steht wieder unter Dampf. Erst vor kurzem hat E94192 eine aufwendige Hauptuntersuchung erhalten. Im neuen Lack erstrahlt 103136. Auch vom Süddeutschen Eisenbahnmuseum sind drei Lokomotiven gekommen. Im Sonnenlicht 150-186. Dicht umlagert der Führerstand. Der absolute Star aber ist 01-150. Die beim Brand des Nürnberger Lokschuppens schwer beschädigte Lok ist im Dampflokwerk Meiningen wieder aufgearbeitet worden. Die ehemalige Bundesbahn-Lok hat jetzt große Windleitbleche. Als Altbau-Lok soll sie daherkommen. Märklin als Sponsor hat darauf bestanden. Doch vieles, wie beispielsweise die Anordnung der Pumpen, sieht eher nach letztem DB-Zustand aus. Betriebsfähig ist 01-150 nur theoretisch. Der Kesselneubau hat noch nicht den Segen des Eisenbahnbundesamtes. So muss 01-066 die geplanten Führerstandsmitfahrten übernehmen. Neben den ausgestellten Lokomotiven gibt es auch einige Sonderzüge. 75 11 18 ist viermal täglich nach Plochingen und wieder zurück unterwegs. Die Badische 6C ist heute die letzte ihrer Art. Von 1914 bis 1921 wurden immerhin 135 Stück von Jung in Kirchheim-Sieg und von der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe gebaut. Schon 1967 musterte die Bundesbahn die letzte aus. Hier der Zug auf dem Rückweg. In Südwestdeutschland ist er eine bekannte Größe, der Rote Heuler. Einst bildete die Baureihe ET65 das Rückgrat im Stuttgarter Vorortverkehr. Später bei der DB erhielten die Elektrotriebwagen die Baureihenbezeichnung 465. Der heutige Museumszug steht zur Abfahrt über die Geislinger Steige nach Amstetten und wieder zurück bereit. Von 1933 bis 1939 stellt die damalige Deutsche Reichsbahn insgesamt ein. 1921 Trieb- und Steuerwagen in Dienst. Mehrfach modernisiert und umgebaut blieben die letzten bis 1978 im Einsatz. Recht flott hat das Triebwagengespann den Bahnhof Geislingen an der Steige durchfahren. Jetzt müht es sich in der Steigung vor Amstetten. Zurück nach Göppingen. Der BEM-Schienenbus pendelt im Minutentakt zwischen dem Bahnhof und dem Werksgelände der Gleisbaufirma Leon Hartweis. Wie jedes Jahr ist auch die Firma Leon Hart Weiß an den Märklin-Tagen beteiligt. Das weitläufige Gelände wird zur Ausstellungsfläche. In diesem Jahr mit einem besonderen Gast. Dem Nachbau der ersten sächsischen Schmalsporlokomotive von 1881. Der 1K-Nachbau ist ein Vorzeigeobjekt, durch Spenden und Sponsoren finanziert. 2009 entstand sie im Dampflokwerk Meiningen. Per Tieflader reiste die 1K nach Göppingen, um hier auf 60 Meter Gleis hin und her zu dampfen. Auch die DB ist beteiligt, mit ihrem Zug-Simulator. In einer Wartungshalle stehen groß und klein nebeneinander. LGB-Modelle im Wettstreit mit ihrem Vorbild. Die BEM V60 und V100 können auch von unten bestaunt werden. Die eigentlich schon musealen Dieselloks sind noch täglich bei der Bayernbahn rund um Nördlingen im Einsatz. Auf der LGB-Anlage geht es eine Nummer kleiner zu. Die Züge nach Schweizer Vorbild umrunden den Ort Meckenheim. Genug gesehen. Zurück zum Bahnhof Göppingen geht es wieder mit dem Schienenbus. Oder zurück mit dem Pendelbus in den Stauferpark, wo rund um die alte Werfthalle die internationale Modellbahnausstellung 2011 stattfindet. Zu sehen sind so gut wie alle Spurweiten. In zwei großen Zelten und in der alten Werfthalle können die Modelle bestaunt werden. Die Zusammenlegung der internationalen Modellbahnausstellung mit den Märklin-Tagen ist keine schlechte Idee. Doch die Unterbringung in Zelten nimmt doch vieles vom Flair der bisherigen Ausstellungen. Er darf nicht fehlen, der EK-Verlag Freiburg. Zurück zum Vorbild. Der historische Rheingoldzug aus Köln ist auf dem Weg nach Göppingen, bespannt mit der bayerischen S36. Der historische Rheingoldzug aus Köln ist auf dem Weg nach Göppingen, bespannt mit dem Weg nach Göppingen. Der historische Rheingoldzug aus Köln ist auf dem Weg nach Göppingen. Der historische Rheingoldzug aus Köln ist auf dem Weg nach Göppingen. Der historische Rheingoldzug aus Köln ist auf dem Weg nach Göppingen.